Ja, jetzt treten wir ja eben in die Entleertverdauungssystem. Okay. Das infiziert Keimzellen. Also dieser Ladebildschirm, der ist ja echt cool. Und da sind wir. Hier sehen wir lecker aus. Jetzt rief wir mal die aneinander. Sieht jetzt so aus wie... Irgendwie wie... Heuschrecken oder sowas. Und der Kopf ist auch genial. Diese Riesenkugel. Ein neuer Tag bestand. Und für dich eine seltsame, wunderbare Welt. Luft füllt deine Lungen, als du deine Gliedmaßen ausstreckst und deine neue Heimat betrittst. Das Festland. Und das Evolutionswertrennen hat begonnen. Das sieht echt cool aus. Da haben wir schon was zum Weiterentwickeln. Ja, hier kann man jetzt eben... Hierbei ist es... Saugupus. Okay, kenn ich nicht. Ähm, hier kann man eben auch die Falltasten benutzen. Ich benutze das jetzt mal. Oder W-A-S-D. Nach Belieben. Ähm. Das kann man eben machen. Oder mit der Maus einfach hier irgendwo hinklicken. Dann gehen wir auch da hin. Ähm. Wutgebrüll. Kann ich auch mal ausprobieren. Ja, hola die Waldfee. Das ist aber, ja. Cool, cool. Ähm. Hiermit können wir Sozialhaltung, Kampfhaltung. Ja, damit können wir dann halt jemanden angreifen. Verbündetenruf. Kann ich auch mal kurz ausprobieren. Damit wird uns dann unser Heim angezeigt, was sich da hier befindet. Ach, und das hier ist unser Liebespartner. Damit können wir uns jetzt nochmal verändern. Dann wieder unsere Liebeskänze. Hm, da liegt irgendwie noch ein Ei im Weg. Das sieht jetzt auch sehr interessant aus. Genau, dann haben wir ein neues Ei gelegt. Jetzt können wir uns wieder weiter bearbeiten. Mal gucken. Wir haben nochmal 70 DNA zur Verfügung. Hm. Also erstmal würde ich sagen, wir machen diesen Riesenkopf weg. Der stört mich irgendwie etwas. Können uns erstmal zu einer langen Wurst machen. Moment, machen wir das doch nur einfach. Geht man hier eben an diese einzelnen Glieder dieser Kette hier, dieser Wirbelsäule. Und macht es eben mit dem Mausrad. Kann man dann die Größe wieder verändern. Hier bei den Beinen geht das auch. Die werde ich aber gleich noch verändern. Ah, das muss doch hier vorne auch noch gehen. Geht irgendwie nicht. Machen wir alles weg. Wir machen jetzt einfach mal alles weg. Steht hier oben kein Mund. Das ist nicht so gut. So, jetzt haben wir eine Wurst. So, genau. Jetzt ist das da auch klein. So, ja. Hm. Damit können wir dann machen, was wir wollen. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, was ich mal ausprobieren gerne würde, ist, was der sagt. Ach, das geht nicht. Okay. Speichern und beenden geht nicht. Wir brauchen anscheinend einen Mund. Ähm. Was der denn macht, wenn ich dem jetzt einen Mund gebe? Okay, das funktioniert. Das ist ja schon mal interessant. Das möchte ich jetzt mal sehen. Okay, dann sind wir hier so Würmchen. Das ist doch mal cool. Wie bewegen wir uns dann fort? Hm. Oh, okay. Und es ist alles dunkel, weil wir keine Augen haben. Ja, aber wir sind dann hier so Würmer, die dann so... Dann... Moment, haben wir doch irgendwo wieder unseren Liebespartner. Ich würde ihm nicht mehr gerne noch Augen geben. Diese ganzen Würmer hier. Hm. Das ist hier irgendwie so Schlangen oder so. Machen wir nochmal hier diesen verbündeten Ruf. Ach so, genau. Und mit dem Rechtsklick kann man dann die Kamerasicht ändern. Da haben wir unseren Liebespartner. Okay, man erkennt jetzt leider nicht so viel. Okay. Wo er jetzt das Ei raus hergezaubert hat. Das ist mir auch eine... Äh... Eine... Das ist auch eine Frage, keine Ahnung, die ich nicht beantworten kann. So. Äh... Aber das war jetzt auch eher nur spaßeshalber so. Ähm... Ja, keine Ahnung. Was machen wir denn hier raus so? Könnte auch so einen Skorpion machen. Hier hinten mit so einem Stachel oder so. Hm. Das ist übrigens ganz cool. Später, wenn ich dann fertig bin oder so und ihr vielleicht Spore besitzt, dann könnt ihr mich irgendwie suchen, glaube ich. Und dann meine Sachen könntet ihr dann downloaden und... Ähm... Ja, dann habt ihr die auch und könnt dann... Das ist dann ganz toll. Jetzt frage ich mich doch gerade... Ach so, hier sind die Beine. Genau. Ja, dann könnt ihr die eben in eure Welt dann einfügen. Äh... Ich hab irgendwie Lust auf einen Skorpion oder sowas. In der Art. Weil man kann hier auch mit Gift so spucken oder sowas. Und wenn wir das dann hinten so an den Schwanz machen oder so, das ist doch bestimmt toll. Ich muss das hier nur mal kurz formen am besten, wie das dann am besten aussieht. Das eben war ja nicht so unbedingt... Der Bringer. So, Moment, Moment, hier. Das sind Waffen. Hiermit kann man spucken. Genau, so. Jetzt kann man das auch noch drehen. So nach oben oder eben nach unten. Kann man das hier so verstellen. Ich würde sagen, wir unsern. Den Körper mal ein bisschen ansehlicher. Den Mund manchmal ab. So. Ich muss sagen, hier in der Mitte machen wir was dünner. Und hier vorne und hier hinten. Oder auch, ja, eigentlich kommen wir ja... Ich mach mir mehrere Beine. Skorpione haben ja sechs Beine. Wir werden jetzt, glaube ich, erstmal mit vier anfangen. Wir können das ja dann noch weitermachen. Wir müssen ja nicht unbedingt uns an den Skorpion halten. So, das gefällt mir echt schon ganz gut. Dann haben wir hier noch hier einen Moment. Äh, D'Orca. Ein Mund. Klummerkiefer. Fleischwolf. Fisch. Wir sind aber kein Fisch. Hm. Ist alles eigentlich egal. Dann machen wir uns mal das da. Genau, dann können wir hier auch noch irgendwie so verändern. So, ein bisschen nach unten. Ein bisschen breiter, ein bisschen schmaler. Ganz schmal. Ich lass es jetzt mal so. Ja, da kann man dann Überbiss, Unterbiss... ...machen. Nach vorne gezogen, klein. Ich lass es jetzt mal so. Genau, Augen. Kann man nicht irgendwo noch die... ...damaligen Sachen hinzufügen? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Sonst geben wir dem einfach mal... ...diese hier. Dreh wir die mal ein bisschen nach vorne. So. Genau, jetzt die Beine, jetzt kommt die Beine dran. Dann nehmen wir mal die Zweiten hier. So. Und jetzt haben wir kein Geld mehr. Dann machen wir jetzt mal hier das weg. Dann geben wir uns nochmal ein paar Beine. Und dann kommen danach ja nochmal ein paar Beine dran. Dann gehen wir mal mit diesem Muskelgrößer. Dann machen wir uns noch ein bisschen höher. Oh, das war falsch. Moment, hier kann man auch Rücklink machen. Genau. Jetzt war ich schon wieder falsch. Gibt's doch nicht. Hier, da, das Gelenk wollte ich erwischen. Das sieht doch schon besser aus als eben. Äh, so. Das können wir jetzt, glaube ich... Doch, das können wir. Das sind aber... ...Hände und keine Füße. Genau, so. Das ist nämlich etwas besser. Genau, Hände könnten wir uns dann theoretisch auch noch verpassen. Und Arme, eher gesagt, wollte ich eigentlich sagen. So, hm, ja, jetzt sehen wir doch schon ganz cool aus. Was haben wir denn hier noch? Ja, nee, wir können uns eh nichts mehr leisten. So, dann können wir hier wieder auch... Ja, hier, genau. Hier können wir uns jetzt mal so ein bisschen rumgehen. Sieh mich an. Hallo. Genau, jetzt können wir hier verschiedene Aktionen machen. Drehen. Oder brüllen. Oh, sehr gefährlich. Salto. Hinsetzen, genau, setz ich mal hin. Komm, ich hoffe, du, wieso. Setz ich noch mal hin. Das aus. Schick. Er setzt sich hin. Äh, komm zur Sache. Aha. Die PT, hopsa. Okay, interessant. Hey. Glücklich, wütend, verängstigt. Okay. Unmächtig. Okay. Lachen. Oh, war der witzig, der war ja witzig. Ja, genau, den fand ich auch witzig. Traurig. Tja. Ist dann halt so. So, jetzt aber hier zum Lackieren. Jetzt können wir hier verschiedene Sachen. Hier kann man erstmal die Grundierung machen und dann noch so Einzelheiten. Grundierung, Oberfläche, Details. Wer mal hat man denn das hier? Haben wir drei zur Verfügung. Drei Seiten. Probieren wir einfach mal was aus. Was haben wir denn da zu tun? So, reflekt. Größer reflekt. Jetzt werden wir hier mal mit dem Streifen drauf. Jetzt werden wir hier mal mit dem Streifen drauf. ganz gut das ist das gleiche das ist sogar das gleiche grundierung oder so blau dann hat man eben oberfläche genau das ist anders oder so das gefällt mir ganz gut so so lassen wir uns jetzt da müssen wir aber ein bisschen dna wieder suchen damit wir uns das gift wieder hin an den stachel machen können an den schwanz sind genau und da schlüpfen wir genau um das tanzen zu lernen drücken das hier das brauchen wir eh nicht das kann man eigentlich abbrechen ich mach das jetzt mal das ganze ab und dann suchen wir mal das ist ein bisschen was zusammen Bidflonk jetzt können uns eben entscheiden Kampfhaltung oder Sozialhaltung wir greifen den mal vier jagen da hat man dann so eine Aufgabe für 20 dna Belohnung drei soll man davon Klinik Nummer 1 auf das Leben wir haben Leckerfleisch von einem die Flucht volles Leben volle Hungerzeile haben wir wieder was was bekommen können Terrorzahn ein Maul wo haben wir denn da noch welche oh 13 ist da ein Alpha Bitflunk gehen wir auf den mal raus auch interessant ja genau zu weit raus können sollte man auch das ganz tolles ist noch jemand ein Muss das ist der 13 Lebenspunkt, egal, schaffen wir. Achso, wir sollten vielleicht nur was essen. Das ist vielleicht eher angebracht. Geh jetzt mal nach Hause, da können wir nämlich geheilt werden. So, werden wir noch verfolgt werden? Ja, wir werden noch verfolgt. Verdammt. Wir werden irgendwie geheilt werden. Hm, also irgendwie dachte ich, dass wir hier geheilt werden. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Doch, wir werden geheilt. Eben wurde es irgendwie nicht angezeigt. So, aber wir haben immer noch nicht fertig gehabt. Wir müssen noch gehen.